1,2,3,1 Alter Pizze! Bummelhof! Oder so! Alter Pizze Alex, wo ist denn die her? Einmal nach der Kimmel getaubert, Alter! Warum? So Schatz, ich mach dir ein Foto mehr hin, da. Hast du gesehen, was im Kennzeichen steht? Du? Mh. Pschu! Mh. Mh. Auch fehl. Mh. Mh. Aber du musst aufpassen, dass er nicht erwischt wird, sonst fliebt er. Flieder! Innen dem, der links ist, Gary. Okay? Passt. Gehts? Ja. Drei, zwei, eins. Nice. Perfekt. Voll geil, Alter, ich schwör. Oh! Ich starte hier. Wie ein Geschädelpin, Alter! Oh, Alter, ich fang's nicht, Alter! Oh, Alter! Wie ein Geschädelpin! Oh, Alter! Ja, ich weiß schon, wenn's sich... Hörst du mehr... Hörst du gar nicht drauf? Der ist ... Hörst du nicht drauf? Hast du das bitte aufgenommen? Ja. War sehr gut! Da weiter, da kommen ja Leid, Gary! Ja, Mann! Scheiße! Der steig ein! Ja, ab! Ich hab ganz schön lange über die Masken aufgehabt, weil sonst hätte man die Nasen zu veröffnen. Das sind voll Profis. Du hast voll Profimäßig den Schuss abgegeben. Und dann so ein Geschädel. Da andere Probleme mit Leuten da oben rein. Ich boxe nicht. Das ist unglaublich. Oh, jetzt reihe ich schon wieder. Wahnsinn. Wo steht der Typ? Ich seh den nicht. Da wird immer enger. Scheiße. Mit dem Haus drin oder was? So gehts. So gehts. So gehts auch nicht. So gehts. Der Hund knäugelt sich gegen die Wand. So muss ich hinterher so hinziehen. Oh Gott, der Wahnsinn. Der sieht beim Bekonten nie wieder aus. Warte, jetzt hätt ich's... Hallo, ich bin der Martin und... Der Martin, du hast echt einen kurzen Gestöhn, Alter. Oh. Ich hab ein Gesicht wie eingekalabiert aus dir, Alter. Da muss ich zu reden. Blub, blub, blub. Ich schluck erstmal runter, Spast. Kannst du mal ein Dildo aus der Fresse nehmen, Alter. Echt? Hauptsache... Unser Conchita Wurst steht da voll selbstbewusst da, Alter. Du hast Lust, Bitches, Alter. Du musst die Hosen auch haben in der Beziehung. Aber stimmt, Alter. Machen wir es wirklich Ski auf der Nähe, als der Insasse. Der Martin, Alter, macht mich fertig. Und steigt aus, Alter. Und steht da, Alter. Ich bin die Anabolika, Alter. Anabolika. Wann nicht einmal schmuggeln können, was ich jetzt schon geworden hab, du? Geht der Martin jetzt aufs Klo, oder? Super, wenn wir jetzt mitunternehmen... Nein. Da stehst du in der Bank, raubst raus und sagst, nein, ich muss nicht. So vorne ein Knastbett, eine von der Palmewielen-Alarm. Lauf, Alter. Da ist eh keiner mehr. Doch, da oben. Den hab ich eh schon gemacht. Nein, da oben noch einer. Da war noch einer. Ja! Ziemlich langweilig, das von dir, Steve, gell? Was? Der Flugzeugflieger ist echt ziemlich das langweiligste von dem Job, Alter. Ja, schon. Aber wurscht. Ich tue meinen Job, Alter. Ja, jetzt soll ich einstellen, Alter. Ja. Korrekt, Alter. Alter, jetzt sag, die Antipen, habt ihr das gehört? Was denn? Die, was alle sechs heißt, ohne Arme zu sterben, durchgebracht haben. Echt? Mhm. Da war schuld. Find ich eine geile Leistung, Alter. Alex, du hast halt ein bisschen schneiden, dann schaffen wir es auch. Alter, vielleicht schaffen wir es noch. Jetzt sind wir noch nie gestorben. Voll geil. Genau. Was heißt eigentlich BPSP? Police Departments. Police Departments. Police Departments. Nicht Police. Bundespolize. Für Bundespolizei warst du. Also Bundespolizei. Bundespolize Security Specials. Pass. Specials, sorry. Specials. Das glaubt uns sicher jeder, dass so ein rosa Polizeitransen einen schwarzen Trottel abführt, Alter. Man hat die Heune gleich ins Gesicht. Ey, wo sage ich mein Lob, Alter. Wo sage ich mein Lob, Alter. Schmäh. Ja, dann war es das einmal mit der Aufnahmesession. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Radios, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.